Herzlich willkommen beim Kreaturen-Podcast. In meinem Beitrag geht es um den Nerz. Um den Nerz. Werden Sie sich vielleicht fragen. Ja, um den Nerz. Der europäische Nerz ist unmittelbar vom Aussterben bedroht. Und was das mit Amerikanern, Chinesen, russischen Sümpfen und einer ziemlich speziellen Form von hormoneller Verwirrung zu tun hat, erfahren Sie in dieser Folge. Schön, viel Spaß.